Ich bin im Fahrstuhl runter gefahren, ich gehe mal davon aus, dass es richtig ist. Okay. Passt, so. Da komme ich nirgendwo hin, also muss ich jetzt da lang und da hat er gesagt links halten. Oh, cool. Hallo. Achso, rechts halten jetzt. Rechts! Aber hier geht's ja nirgendwo anders hin. So. Was du links gesagt hast. Äh. So, rechts halten. Also da komm ich nirgendwo, als muss ich hier rein, offensichtlich. So. Jetzt rechts halten. Muss ich jetzt über die Dächer drüber, oder was? Ah, okay, machen wir jetzt das Gebiet hier wieder. Okay. Das heißt rechts halten. Nee, hier ist Unterstadt. Ja, genau. So, wo muss ich jetzt dann hin? Und da guck nach... Guck nach Brunnen und Gruben und so. Okay. Bin ich mal gespannt. So, hier war der Baumgeist. Also da unten ist ja dieses Dingens. Also dieses... Dieser Abwasserkanal, oder was das ist. Da war ich ja drin, aber da war ja nix mehr. Also geh ich mal davon aus, dass hier irgendwo... es offensichtlicher nach unten geht. Weil hier geht's nicht runter. Da bin ich schon alles abgelaufen, da unten. Glaube ich zumindest. Ähm. Ah, hier, warte mal. Hier war ich nicht. Hier habe ich da nämlich abgebrochen, weil ich keine Tränke mehr hatte. So. Clarifying los. Okay. Äh. Ah ja, das hat sich ja gelohnt, wieder mal. Ha. Geht's hier noch irgendwo weiter? Nee. Aber da ist ne Truhe. Stone Sword Key. Hier ist ne Treppe nach oben. Äh, Leiter. Ähm, dadadadadam. Ah, okay. Jetzt bin ich dann wieder hier. Okay, jetzt habe ich den Shortcut aufgemacht. Sehr gut. Äh, dann haben wir das. Das heißt, ich komme jetzt hier schneller wieder zur Unterstadt. Das ist sehr gut. Aber die Frage ist trotzdem, wo ist denn hier jetzt ein Brunnen oder sowas? Oder ne... Hmm. Hm. Hm. Was soll's denn hier runter gehen? Ganz genau kann ich's leider nimmer sagen, aber Brunnen ist richtig. Okay. Hm. 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 Also da hinten ist kein Brunnen, wo ich irgendwie runterspringen kann. Das Problem ist, hier unten war ich überall. Da ist überall nur Sackgasse und Dead End. Also da kommst du nicht hin. Und wenn's ein Brunnen ist, ist ein Brunnen normalerweise... Uh. Uh. Okay. Wo ist denn hier ein Brunnen? Also hier hinten ist nix. Hm. Hm. Ich mein, hier unten war ich schon. Ich war ziemlich versteckt. Ich hab nur noch ein paar Ruinen drumrum in Erinnerung. Hm. Ich frag mich übrigens, wie wir diesen Shortcut hier aufmachen. Ich mein, das hier sieht halt so aus, als könnte das was sein. Wobei ich hier glaub ich hier auch alles abgesucht hab. Ich frag mich, wenn den Shortcut da oben hinkommen. Da muss ich auch noch irgendwie hin, da war ich auch noch nicht. Ah. Ja. Ich hab keine Ahnung. Hm. 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 Ich mein, das kann da auch nicht sein, weil da ist wieder diese Kanalisation da unten... Ah, da ist das Kanalisation. Da ist praktisch dann diese... Das Abwasserdingens, aber... Da war ich ja schon. Diesmal ist der Scheißrat eigentlich so unfassbar viel Damage. Sind unten noch die Ninja Turtles? Ne, ich glaub nicht. Maaannn! War hier noch irgendwas? Ne. Als wenn doch jemand einen Tipp hat, wo genau ich hin muss, gerne her damit. Aber ich check's gerade nicht. Ja, da bin ich jetzt wieder beim Drachen. Da bin ich jetzt schon wieder falsch. Ah, da ist es. Okay, hier ist es. Da ist der Brunnen. Ich höre irgendwas. Da ist der Brunnen. Albenorik. Bloodcloth. So. So. Kurz hier nochmal umschauen. Da unten war ich, glaub ich. Denk ich. Bin mir nicht sicher. Ja, das ist die Passage da unten. Okay. Sehr schön. Dann schauen wir jetzt kurz mal, was da noch ist. Hinten ist noch ein Gang. Wo geht's denn da hin? Ah, okay. Jetzt sind wir hier. Pickle Turtleneck. Weil ich jetzt hier frosch gefragt habe, ob die Ninja Turtles da unten waren. Oder sind. Äh, weiß ich nicht. Aber ich hab zumindest irgendwas... Turtleneckes gefunden. So. Dann können wir jetzt hier runter wahrscheinlich. Klack. Runark. Du meinst, in einem Schrank hast du Turtleneck? No. Na hab ich nicht. Kann ich das hier aufmachen? Nein. Okay. So. Auf in die Kanalisation. So. Auf in die Kanalisation. Schön. Bitte bitte. So. So. Doch hast du. Rollkragen auf Englisch ist Turtleneck. Ah ja. Das ist gut zu wissen, das wusste ich nicht. Okay. Subterranean Shunning Grounds. Wieso sterben die hier alle? Ach ja, wir hatten vorhin Ratten gekillt. Okay. Okay. Äh. Okay. Das war's. Ich kämpfe doch gegen den Typen nicht im Nahkampf, bin ich doof. Äh, ja gut. Oh fuck. Ah, das ist ne Grace, okay. Ich aktiviere jetzt bloß. Ich möchte jetzt nicht da rasten, weil dann spawnen die wieder alle. Da hab ich jetzt keinen Bock drauf. Äh. 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 So, na gut, aber vielleicht mache ich das doch eben mal, weil ich habe keine Tränke mehr. Okay, da geht es runter. Ich will ganz kurz hier erkunden, nur. Blood-soaked Manchats, Blood-soaked Mask. Okay. Okay, geht es auch runter. Oh Gott, ich habe jetzt schon wieder keinen Bock auf die Kanalisation hier. Okay, das heißt, wir müssen nur einen Hebel umlegen und dann kommen wir da hoch. Äh, okay. Golden Rune 11. Okay. Kann ich die Tür da aufmachen oder ist die von der Seite zu? Cannot open from this side. Okay. Ja, die war super. Tolles Gebiet. Okay, wenn der Cooper das sagt, dann hat sie den Mega angearscht. So, Allokide Flask Charges. Ich mache jetzt mal sechs Mana-Tränke, weil ich glaube, ich werde hier unten deutlich mehr Mana brauchen. Äh, ja, natürlich respawnen, die ist klar. Habe ich mit gerechnet. So, das heißt, wir müssen da runter. Wir können auch den anderen Weg eigentlich theoretisch gehen, aber jetzt gehen wir erstmal da lang. Freeze Gaze. Okay. Gut, springe in den Tod. Auch gut. Habe ich nichts dagegen. Äh. Okay. Oh Gott, sag mir bitte nicht, ich muss die ganze Zeit über so beschissene Rohre dann jetzt laufen. Ah ja. Okay. 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 Ich habe vergessen, dass der andere ja noch da ist. Oh, das kotzt mich jetzt schon an. Das kotzt mich ja jetzt schon an. Wo ist denn meine Runen? Ach, da oben. Klar. Hm. Wo ist der Scarab? Ich werde oben lang laufen. Oh, das kotzt mich jetzt schon an. Äh. Nein! Aaaaahhh! Na, okay, die große Waffe ist doof. Die Viecher sind ja lästig. Ich habe hier ultra Bock auf dieses Gebiet hier. Ich kann meine Motivation, was dieses Gebiet hier angeht, überhaupt nicht in Worte fassen gerade. Ohhhh! Ist hier noch irgendein Gegner? Nein. Okay, was haben wir hier? Ähm... Hi! Shadowbait. So, mal kurz die Lampe anmachen, dass ich was sehe. Okay. Äh... Okay. Ach, hier ist jetzt ein... Ich schalte auf. Try it down. Aha. Okay. Das ist jetzt der eine Weg. Da geht es dann zum Leuchtfeuer da hinten. Das ist sehr gut. Äh... Okay. Offensichtlich können wir da runter springen dann. Das ist nur die Frage... Also hier geht es nicht runter und da hinten... Ich glaube, das ist eigentlich der richtige... Uah! Ich glaube, das ist der richtige Weg hier eigentlich. Wo kommst du denn her hinten? Hm. Hm. Na gut. Das heißt, ich vermute jetzt aber mal... Ich muss da runter. Und äh... Aha. Na gut, das reicht nicht. Ich will zur Foul darunter zu sprengen, um mich von dem Kinn zu lassen. So. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig war. Oh. Oh. Oh fuck. Nein! Was? Oh, das sind die ätzend. diese scheiß Viecher. Hä. 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 Was für elende Drecksviecher. Ja, renn halt weg von mir, du kleine Missgeburt. Ich glaube, es hackt. Vor allem, ich muss jetzt hier den Heiltrank trinken. Wenn ich da runter sprengen, fände ich nämlich höllisch viele Leben.